Der A45 ist echt der Hammer. Wirklich ein klasse Auto, sehr gelungen. Auch sehr jung, sportlich, macht es Spaß zu fahren, ganz toll. Es ist ziemlich responsiv. Es ist ziemlich nippig, es ist klein, es ist wie ein Go-Kart, wie es reagiert. Und es ist ziemlich schnell. Ich mag die Unterschiede in der DASH und alles. Es ist viel cooler und lecker. Und es ist etwas, was junge Leute genutzt. Wir haben zusammen mit dem Team eine schöne Geschichte entwickelt, die wir heute Nacht hier im Wald drehen bei Barcelona. Und wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht mit den beiden Formel-1-Stars Hamilton und Rosberg. Unglaublich auch, was da für ein Aufwand getrieben wird, um sowas zu machen. Da sind ja wirklich so viele Menschen hier. Jeder hat seine eigene Funktion. Lichter wurden aufgestellt im Wald, um das Ganze so zu beleuchten. Und künstlicher Rauch, das ist alles kommt zusammen. Das ist wirklich Riesenaufwand. Wenn zwei Stars wie Hamilton und Rosberg ans Set kommen, dann hat man nur einen sehr engen Zeitrahmen, in dem alles funktionieren muss. Und wir müssen schnell Entscheidungen gefällt werden. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung gewesen. Wir haben das wirklich gut gemacht. Das lag natürlich auch am Regisseur, der ja ein Spielfilmregisseur ist und mit Menschen eben entsprechend gut auch umgehen kann. Und ja, das war's gut, dass das reden. Das fand's schon gut. Ich bin eine gute Fähre und ich gebe dir drei Wünsche. Ich will fahren. Wow, sie spricht mit mir. Kann ich fahren? Ich bin der Fahrer. Eins, zwei, drei. Ich will fahren. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Playbacks geguckt. Sehr, sehr lustig. Haben uns schon kaputt gelacht. Back and forth, back and forth, back and forth. Und das ist, was ich und Nico haben in dieser Gespräch mit uns zusammengefasst. Wir diskutieren, wer fahren wird. Und zu dem Punkt, wo wir ziemlich witzig werden. Also, es wird sicher witzig. Am Schluss sieht dann die gute Fee, was für ein tolles Auto das ist. Und wünscht sich die beiden dann quasi mit ihrem letzten Wunsch halt auf das Tandem, wo sie auch zusammen fahren können. Und fährt dann selber mit dem Auto davon. Das ist ein tolles Auto, was für die Prennung damit passiert. Und das ist eine gute Fee. Also, es war ein tolles Auto. Und das ist ein tolles Auto, was für die Prennung da. Und das ist ein Problem. Im Prennung. Im Prennung. Und das ist ein bisschen falsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017